Und Omaniala mit einem guten Start, aber neben ihm Akin Blake und jetzt Marvin Bracey. Ein knappes Rennen, es ist Bracey der gewinnt vor Omaniala und Blake würde ich jetzt mal schätzen. Mühe bekunden ein Visum zu bekommen, dann mit viel Aufwand demnach laufen müssen zum Schluss dann einreisen dürfen, aber die ganze Reise hat dann so lange gedauert.